Willkommen zurück zu Schrötis Grill Ecke Teil 3 im Ossi Monat. Heute Gulasch. Ich freue mich schon besonders drauf. Ob das jetzt typisch ostdeutsch ist oder nicht, müsst ihr entscheiden. Ich habe hier halb und halb. Einmal Rindergulasch, Schweinegulasch vom Duroc Schwein. Beides gekauft bei Pistol Prime Barbecue in Rostock mal wieder. Was brauchen wir noch? Ich habe hier 800 Gramm Zwiebeln. Die haben wir schon klein gemacht. Meine Augen drehen auch gleich. Das ist jetzt nicht die pure Freude. Das sind die Zwiebeln. Von der letzten Pizza-Bestellung habe ich noch eine Flasche Wein über. Ein bisschen Öl, Nudeln. Wir machen Gulasch mit Nudeln und nicht mit irgendwelchen anderen Pfirtefannen, sondern richtig schön puristisch. Wir brauchen noch edelsüßen Paprika, gemeinen Pfeffer, Salz, Tomatenmark, Lorbeer. Die Nelken hole ich gleich. Wir kochen noch ein bisschen Nelke mit. So, als allererstes ran an den Topf. Der steht schon im Grill drin. Brutzen erst mal das Fleisch. Da gibt es ordentlich Röstaromen drauf. Okay? Zum Glück haben wir noch keine Ölkrise. So, und dann nehmen wir jetzt schon mal. Wir nehmen das dann noch gleich wieder raus. Wir wollen jetzt erst mal ordentlich Röstaromen dran bringen. So, schön verteilen. Das rösten wir jetzt mal richtig an und dann, wenn wir es dann rausholen, machen wir Teil 2. Ja, da passiert noch nicht so viel. Guck mal hier, da kommt ja selbst noch Flüssigkeit raus. Das heißt, da fährt noch was der Aromen. Das muss noch ein bisschen. Nicht so hektisch. So, Freunde. Fleisch ist draußen. Jetzt glasieren wir die Zwiebeln goldgelb. Da kommt noch Tomatenmark hinzu. Und dann verheiraten wir wieder alles. Kommt noch Wein drauf und dann lassen wir es nur noch köcheln. Mehr hier. Ja, 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 ja. Musik. 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 Richtig gut. Richtig gut, ne? Immer geil. Oh, oh, ja. Also, guck mal hier. Oh, schnell das hier. Der ist auch ein schöner Bratenrest hier. So, dann gucken wir, dass ich hier noch was rauskriege. Und dann nichts verschenken. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Energie rausgenommen vom Grill. Wofan wir das gut sagen? Ja. Wir machen schon mal ein bisschen Tomatenmark hinzu. Also Originalrezept zwei Esslöffel. Ich sage jetzt erst mal, ich habe hier, die muss erst mal alle werden, ne? So. Kommen raus damit. Dann rühre man. Ja, ich rühre. Mit dem Tomatenmark kommt ja auch nochmal eine richtig schöne Note hier. Jetzt lassen wir jetzt ein bisschen köcheln. Wie lange? Ach, zwei, drei, vier Minuten und dann Fleisch rein, Wein rein, Wasser drauf, Deckel drauf und dann köcheln lassen. Verliert schon einiges an Flüssigkeit. So wollen wir das auch haben, ne? Und jetzt Fleisch dazu. So, Fleisch wieder zurück in den Topf. Ordentlich durchrühren. Salz, Pfeffer nicht vergessen. Wichtiges Thema. Erst mal durchrühren, ne? Und jetzt werden wir nämlich sehen, dass die Zwiebel so viel Flüssigkeit auch abgibt, dass wir hoffentlicherweise, kriege ich nicht immerhin, vielleicht sogar ohne Binde und Stärke mit der auskommt. Das wäre jetzt mal so der grundsätzliche Plan. Aber jetzt kommt das mal ordentlich. Paprikapulver, eben auch so zwei, drei Esslöffel. Oh, Pfeffer. Ordentlich, ne? Das ist eine ordentliche Menge. So, Salz, da könnt ihr hier beliebiges Haushaltsalz nehmen. Schön absalzen. Durchrühren. Und nochmal salzen das Ganze. Guck mal hier, ne? Kommt schon schön Flüssigkeit raus, ne? Und das, obwohl wir noch gar keinen Wein aufgekippt haben. Und kein Wasser. Der hochwertige Rotwein. Das sind 375 Milliliter. Ja. Ja. Den Rest machen wir dann mit Wasser. Also. Wollen wir zu DDR-Pärzung für Rotwein? Äh, bei euch zu Hause nicht. Da wurde anderweitig verköstigt. So. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Da muss noch ein bisschen Wasser drauf, dass es wirklich auch abgedeckt ist beim Köcheln. Alter, Rotwein, der riecht schon mal, der gibt den ganzen richtig Pfiff hier. So, wir wollen es hier nur abdecken. Und in einer halben Stunde gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja. Waren wir noch ein bisschen. So. Ich hatte während des Bratens noch ein bisschen Bratenfond abgeschöpft, ne? Weil das sonst ein bisschen länger gedauert hätte. Jetzt geben wir es wieder mit hinzu. Und schaut mal her. Und schon ist das schön abgedeckt. Und jetzt muss es eigentlich nur noch köcheln. Jetzt kommen noch zwei persönliche Noten hinzu. Melke. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Ich mag das. So. Norbeer. Ach siehst du, wir haben das Wichtigste fast vergessen. Nicht das Wichtigste, aber fast das Wichtigste. Knobihase. Ja. Zack. Und. Feuer frei. Er verkocht alles mit. Gibt ordentlich Bums. Guckst durchrühren. So. Deckel drauf. Und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. So, Freunde. Ca. 35 Minuten sind rum. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne? Das Grill liegt jetzt so die ganze Zeit auf 2 Grad Deckeltemperatur. Das sieht auch ganz gut aus, ne? Ja. Ja. Die Zwiebeln sind natürlich noch nicht verkocht, ne? Weil wir wollen ja so anderthalb Stunden bei der Masse brauchen wir locker. Wir werden noch mal so ein bisschen Wasser aufgießen. So riecht auch richtig schön den Tomaten über das Tomatenmark raus. Ja. Ja. Das ist super vorsichtshalber ein bisschen Wasser mitgebracht, ne? Farbe und Geruch ist mal nicht schlecht, ne? Ich glaube, du kannst noch mehr Wasser nehmen. Noch mehr? Ja. Ja. Schön noch ein bisschen mehr Wasser, ne? Mhm. Dann lassen wir es noch mal so eine dreiviertel Stunde. Man merkt ja auch, das Fleisch hier ist ja noch hart. Wenn man es so dagegen drückt, das ist noch nicht zerfallig. Na, Hasi, hast du schon Hunger? Ja, ich habe Hunger, aber ich bin auch schon total aufgeregt. Übrigens. Unser Mittagweiner. Naja. Anderes Thema, ne? Lass uns mal gucken. Also, ich muss mal dazu sagen, wir sind jetzt bei ein und eine Viertel Stunde nochmal. Das heißt, mit dem ersten blubbernden Prozenten sind wir jetzt bei ein, drei Viertel Stunden. Oh, guck euch das mal hier. Jetzt können wir auch schon mal Hitze ein bisschen rausnehmen, die Lübeln draufmachen. Guck mal hier. Bei den Zwiebeln sieht man auch kaum noch was. Und ich weiß nicht, was kann man hier schon mal schauen? Ah, siehst du? Perfett. Richtig. Richtig. So, wir nehmen mal die Hitze ein bisschen weg hier. Machen die Nudeln und dann... Geht los? Sollte es losgehen. Wir brauchen... Ne? Ja. Brauchen nichts andecken hier, ne? Nee, gar nicht. Das ist total super. So. Das ist die Masse dazu, wenn ich das. Geil, ne? Ja. Absolut. So, Deckel drauf. Und nichts Künstliches dazu. Nee. Gut. Bis gleich. So, Freunde. Wir haben jetzt nun in circa zwei Stunden den Gulasch hier schön pluppern lassen. Ne? Alles zergehen lassen. Und wir lassen uns jetzt mal überraschen. Grill ist auch schnell aus. Und jetzt hier ist noch richtig schön Feuer drin. So. Guck mal hier. Das sieht schon mal geil aus Hause, ne? Mhm. So. Jetzt machen wir eins. Wollen wir erstmal gucken. Was haben wir hier? Ein Stück Rind. Und finden wir noch ein Stück Schwein hier irgendwie. So. Jetzt gucken wir uns das jetzt erstmal an. So. Naja. Die merkt man Rind, ne? Rind ist ein bisschen... Geiler Geschmack. Das ist so geil. Geht auch nicht. Achja. Oh, das zerfällt schön, ne? Das zerfällt schön, ja. Siehst du? Ja. Und das ist die Soße hier. Ohne Bündemittel, ohne Stärke. Mh. Mh. Wo merkst du genau? Der Rotwein. Ich merke zwar nicht, welche Qualität er hat. Aber geil, ne? So, dann füll mal den Teller auf, würde ich sagen. Ja. Was hör mal du denn? Jetzt geht's ans Probieren. So, Freunde. Du denn mit Gulasch. Eins meiner Lieblingsgerichte aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Auch heute immer noch. Und ich muss sagen, das ist so genial. Also auch so einfach. Ne? Man braucht ja nur ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich ja auch Hunger. Und heute, Teil 3 unseres Ossi-Monats. Also ich finde es vom Geschmack ja mega gelungen. Ob das jetzt typisch Ostdeutsch ist, lasse ich andere entscheiden. Das ist auf jeden Fall aus meiner Kindheit. Aus meiner Jugend. Und ich sage nur eins dazu. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Empfehlt die ganze Spaß. Liked mich. Gebt ein paar Follows. Ein paar Empfehlungen. Etc. Etc. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Schrödi's Crueck. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.